Hier ist das Team, das den ersten Abstieg nach 13 Jahren aus der Weltgruppe vermeiden möchte für den DTB. Angeführt von Tim Pütz, Janik Hanfmann, die beiden hier vorne Neulinge und dahinter Setic Marcel Stäbe und die Nummer 1, Jan Lennart Struf, dazu der Teamchef Michael Kohlmann. Es ist wieder mal Relegation angesagt. Wir sind in Grusche-Keybada, ca. 15 Minuten westlich von Lissabon. Sehr schöne Anlage, ein besonderes Center Quarter und ein besonderes Datum, denn es ist ein Start in eine Relegation, in der Portugal mit den Susas, hier Pedro und Joao, nicht verwandt, nicht verschwägert, versuchen zum ersten Mal in ihrer Geschichte überhaupt die Weltgruppe zu erreichen. Einmal gescheitert 1994 gegen Kroatien und nun sind also die Deutschen die Gegner, die nicht mit den nominell Stärksten kommen, aber mit denen, die Lust haben, die heiß sind auf dieses Duell. Und es ist das erste unter der Leitung des neuen Head of Man's Tennis, nämlich Boris Becker. Erstes Einzel. Wir sind bereit für das Spiel der portugiesischen Nummer 1, Joao Souza. Zwei Turniere konnte er gewinnen und zwar nicht auf Sand, sondern auf schnelleren Belegen. 2013 und 2015 war das und er trifft auf die deutsche Nummer 2, auf Cedric Marcel Stäbe. Und der Start von Stäbe ist hervorragend in dieses Match. Viele Fehler von Souza, der unter Druck stand. Die ganze Woche hat man ihn sehr nervös erlebt in dieser Trainingswoche hier auf der Anlage. An ihm natürlich hängen viele Hoffnungen auf den ersten Punkt in diesem Duell. Aber nach diesem eher schwachen Start beginnt sich Joao Souza etwas besser reinzukämpfen in die Partie. Es wird nicht ganz so einfach wie zu Beginn für Cedric Marcel Stäbe. Der 26-Jährige aus Feingenenz, der nach so vielen schweren Jahren von Verletzungen gebeutelt wieder da ist, ein super Turnier gespielt hat bei den US Open. Also in Form und mit Selbstvertrauen kommt. Aber Selbstvertrauen holt sich auch Joao Souza zunehmend. Aus einem 0 zu 3 macht er ein 4 zu 3. Das geht über in das 5 zu 4 und Satzbälle für den Portugiesen, der in dieser Saison allerdings so gar nicht seine ideale Form gezeigt hat. Er hatte ein gutes Turnier zu Beginn des Jahres. Joao Souza, Finale Auckland und dann ein Finale in Kitzbühel. Aber ansonsten hat er elfmal nach dem ersten Match ein Turnier bereits beenden müssen und davon sieben Turniere auf Sand. Also kann man sagen, er sucht ein bisschen seine Form, die ihn mal auf Platz 28 der Welt gebracht hat. Das war im vergangenen Jahr. Und das ist die Chance für das deutsche Team und insbesondere für Cedric Marcel Stäbe. Im zweiten Satz dreht sich die ganze Geschichte. Nämlich Souza, der 2 zu 0 vorne lag, jetzt aber dann mit dem zweiten Break zum 5 zu 3 und anschließend im Aufschlagspiel der Satzgewinn für Stäbe. Dritter Satz. 1 zu 1. Souza mit vielen Fehlern mit der Vorhand. Das ist eigentlich sein bester Schlag. Aus der Rückhandecke, Inside-Out meist gespielt oder überhaupt versucht er aus der Rückhandecke mit der Vorhand zu agieren. Steht hier nicht gut zum Ball. Wird immer wieder erwischt und bekommt Probleme. Zunehmend Probleme mit Cedric Marcel Stiebe. Ein toller Auftritt von ihm. 2012 war er ja sowas wie der Held, als er Deutschland in Hamburg mit einem Sieg gegen Hewitt vor der Relegation bewahrte. Und heute nun soll er den ersten Punkt holen. Aber was heißt soll er? Er ist natürlich in der Position gegen die 1 Portugals. Ein leichter Außenseiter. Und das, was er hier spielt in diesem Match, das ist zunehmend bemerkenswert. Die Art und Weise, wie er mit Cleverness agiert, mit Übersicht, mit Geduld genau das Richtige spielt und immer mehr in den Kopf von João Souza reinkommt. Und das ist nun, muss man leider sagen, nicht die beste Situation für den Portugiesen, wenn er mit seinen Nerven zu kämpfen hat. Und der Druck eben auch, der auf ihm lastet, weil die meisten Tennis-Fans hier natürlich von ihm diesen Punkt erwarten als Nummer 1 des portugiesischen Teams. Zwei-Einsatzführung für Stäbe. Immer mehr zeigt er Selbstvertrauen, immer mehr Fehler von Souza, immer mehr Zweifel von João Souza. Und warum soll der auf einmal in Topform sein, wenn er eben eine sehr schwierige Saison spielt? Da können auch diese drei Siege im Davis Cup gegen deutlich schwächere Gegner nicht über ein Gesamtbild hinwegtauschen in dieser Saison. Und so geht es immer weiter bis zu einer richtig heftigen Niederlage von Souza 0 zu 6 im vierten Satz. Es ist ein fantastischer Erfolg von Cedric Marcel-Stebe. Die Art und Weise, wie er gespielt hat, nötigt Respekt ab. Es ist ein super Punkt und es ist vor allen Dingen einer, der Souza richtig wehtut. Von dem wird noch so viel erwartet an diesem verlängerten Wochenende von Freitag auf Sonntag. Und nun startet er mit einer Niederlage, die sicherlich ihn noch mehr zweifeln lässt. Also ein doppelter Wirkungstreffer für das deutsche Team. 1-0 Führung nach dem Einzel. Glückwunsch an Cedric Marcel-Stebe. In Genf, als er schon in der Quali ausgeschieden war, als Lucky Loser ins Hauptfeld kam, Struff geschlagen hat und gegen Kuznetsov mithalten konnte, hat es Klick gemacht. Er bestätigt seine Form, er bestätigt sein Selbstvertrauen und sorgt für den perfekten Start für das deutsche Team. Im vergangenen Jahr, vor genau einem Jahr, rettete er das deutsche Team vor dem Abstieg. Zwei Punkte gegen Polen. Und jetzt tritt er an, hier als Nummer 1 mit einem 1 zu 0 im Rücken nach dem tollen Sieg von Cedric Marcel-Stebe gegen einen Souza. Und zwar Joao Souza, die Nummer 1 Portugals. Das ist jetzt Pedro Souza und die Bedingungen sind nicht ideal für einen hochgewachsenen 1,96 Meter großen, guten Aufschläger. Der Wind wird immer stärker, schon ein Thema im ersten Match, aber jetzt zum Teil orkanartige Böen. Ganz schwer zu berechnen, schwer beim Ballwurf. Und das könnte ein kleiner Vorteil sein für einen kleingewachsenen 1,78 Meter großen Pedro Souza, 29 Jahre alt. Der kommt hier aus dem Großraum Lissabon, das ist ein Heimspiel für ihn. Und keine Nervosität hier gleich. Frühes Break, 2 zu 1 Führung, 39 Siege, 11 Niederlagen auf Sand. Wir sind hier auf Sand, also das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Hat zwei Challenger-Turniere gewonnen, Sand, ein Challenger-Turnier-Finale, Sand. Also der kommt in Topform, 107 der Welt, so ist er noch nie gestanden. Jetzt mit 29, toi, toi, toi. Er kann endlich entwickeln, was man von ihm lange in Portugal erwartet hatte. Aber konnte man das wirklich erwarten, wie der hier aufspielt? Der Eindruck ist tatsächlich, dass auch Jan Lennart Struff ein bisschen überrascht ist. Natürlich alle top vorbereitet und jeder weiß, jeder kann letztlich jeden schlagen. Es ist ein ganz enges Duell in dieser Auseinandersetzung Portugal gegen Deutschland. Und die Portugiesen kämpfen um Historisches, nämlich um die erste Teilnahme in der Weltgruppe. Und das, was der Pedro Sousa da spielt, da werden sich einige die Augen reiben. Das ist ja Wahnsinn, das hätte man wahrscheinlich auch in Portugal ihm so nicht zugetraut gegen die deutsche Nummer 1. Ein fast fehlerfreier erster Satz, was man leider von Struff nicht sagen kann. Immer wieder Fehler dieser Art, immer wieder Geschenke auf die andere Seite. Im Moment ist es so, dass der Pedro Sousa noch ziemlich zuversichtlich durch diesen Satz marschiert. Klar, kein Wunder, bei einer 3-1-Führung wieder Breakbälle. Nicht immer bewegt sich Struff gut. Im Gegensatz dazu ist die Beinarbeit von Pedro Sousa sehr, sehr stark. Er ist einfach einer, der genau weiß, intuitiv, wie er auf Sand sich zu bewegen hat, Wand zu rutschen, wie er sich zu verteidigen hat. Er liebt die längeren Ballwechsel und genau die will Jan Lennert Struff verhindern. Mit aggressiven Returns auf wirklich schwache Aufschläge von Pedro Sousa. Da kommen zum Teil 140, 150, das ist nicht viel. Der will den Ball nur ins Spiel bringen, also braucht es ein bisschen mehr Aggressivität. Und siehe da, es wird wieder eng in diesem zweiten Satz. Hier zum Beispiel gibt es einen Break für Struff und das nach Satzbällen zuvor von Sousa. Und es geht weiter, der Wahnsinn, denn anschließend verliert wiederum Struff seinen Aufschlag. Und hier ist der Satzball zur 2-0-Satzführung für die Nummer 107 der Welthangliste. Und er holt sich den Punkt, ein bisschen Wind ist auch wieder dabei. Also als er breakbar war, als er knackbar war, als man gemerkt hat, da ist kein großer Unterschied. Ganz im Gegenteil, Struff hat die Chance, das Match in eine gute Richtung zu drehen mit einem Satzgleichstand. Zu viele Fehler des Deutschen und dann im dritten Satz geht das alles wieder in eine Richtung. Auch viel zu schnell. Die ersten zwölf Punkte, nur drei an Struff, neun für den Portugiesen, 0-3 Rückstand. Jetzt kann er sich eigentlich locker machen, weil das wird jetzt ziemlich schwer. Aber es ist Tennis. Tennis heißt, es sind kleine Auslöser, die auch auf der anderen Seite für Wirkung sorgen können. Und die Reaktion immer wieder, ich glaube noch an mich. Ja und dann auf der anderen Seite, Pedro Sousa, der schleppt sich so durch dieses Match Richtung Ziellinie, aber bewegt sich nicht mehr so gut, merkt, dass der Druck größer wird. Auf einmal kommen die Aufschläge von Jan Lennart Struff. Er ist dran auf 4-5 und dann das zehnte Spiel. Ein besonderes. Wir lesen richtig, Matchball. Zuvor gab es Breakball für Struff. Wenig Fehler im ersten Satz, immer noch zu wenig aus Sicht von Struff im zweiten. Im dritten ging es lange richtig gut für Pedro Sousa. Und was macht jetzt Struff? Riskiert er? Muss er nicht. Er muss nur den Ball im Spiel halten. Diesmal mal ein bisschen andersrum. Das geht auch mal so. So, Sousa hilft nach, nachdem in diesem Match so häufig die Hilfe von Jan Lennart Struff auf die andere Seite kam. Also Matchball abgewehrt. Und dann kommt die Rückhandkoss. Schön zum Ball hin, aggressiv. Früh genug dran. Wieder Hoffnung auf mehr. Vielleicht sogar auf einen Fünfsatz-Sieg, auf eine 2-0-Führung. Dann Tie-Break. Und 3 zu 2 gab einen Punkt gegen den Aufschläger Jan Lennart Struff. Der hat aber jetzt auch wieder solche Fehler produziert. Zu viele dieser Art einfach. Auch eine Geschichte dieses Matches. Und das ist auch eine Geschichte. Foot-Foot. Er sagt Fußfehler. Mag ja sein, aber das wird nicht der erste gewesen sein. Das ist Matchball für Pedro Sousa. Fußfehler. Zweiter Aufschlag. Die Chance mit dem Volley-Stop, aber bleibt an der Netzkante hängen. Es ist trotzdem ein Auftritt, in dem immer wieder noch mehr hätte drin sein können. Einfach, sagen wir mal, 10 Fehler weniger, die wirklich nicht nötig gewesen wären. Dazu natürlich ein grundsolides spielender Pedro Sousa, der aber, glaube ich, heilfroh war, dass nach drei Sätzen die Nummer vorbei gewesen ist und er diesen Punkt holt. Interessant, die deutsche Nummer 1 verliert. Und die portugiesische Nummer 1 verliert auch. Es steht 1 zu 1. Man könnte sagen, ist doch okay. Der Weg dahin vielleicht ein bisschen überraschend. Nun muss man also mit den Einsen arbeiten, auch an ihrem Selbstvertrauen, während die Zweier sich Selbstvertrauen geholt haben. Richtig spannend und richtig interessant wird nun die Frage, wer spielt im Doppel? Wird es das Top-Team Stuf und Pütz sein? Hier könnte der Vorteil für das deutsche Team liegen zur 2-1-Führung. Die Portugiesen haben kein eingespieltes Doppel, aber der eine Sousa hat dem anderen die Niederlage leichter gemacht. Jetzt bin ich über sie. Ich bin über sie. Das passt.